oder so in der richtung müsste das hinhauen erstmal holen wir die cutter können nämlich jetzt auch noch kaputt gehen weil als erstes die beiden Knochen wieso habe ich die beiden Knochen nebeneinander stehen die beiden Knochen kommen weg das Zeug kommt weg und eins, zwei was ist denn hier ist es wieder voll fast gut, ist mir jetzt im Moment egal so, 32 davon das müsste ich jetzt direkt machen können nein, so zack und zack das haben wir schon mal weg ähm warte mal iron plate, ich brauche Sticks Sticks, 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 Sticks nehmen wir mal 16 Stück, ich glaube das müsste reichen so und da hin mit denen könnt ihr zumindest mal kann ich mal da hinfliegen, wo ich hinfliegen möchte so Sticks haben wir gleich zwei Hämmerchen können wir aber nicht machen weil wir zu wenig haben hier mit euch so Lock of Iron zack nochmal zwei stück so ähm genau Iron ich wollte ja eigentlich nicht anfassen mache ich hier aus halt nochmal drei Scheren und schon ist das erste Iron was ich gerade eben wieder habe schon wieder weg zack allein drauf gegangen für Scheren mit anderen Zeugs so die zwei Hämmer kommen weg ebenso die zwei Scheren da haben wir 44 das muss noch mit dem Hammer gemacht werden so dann warte mal wir haben 64 plus 14 also fehlen uns noch 2 4 6 8 14 14 plus 22 also noch 10 1 ja das müsste genau hinkommen ich weiß jetzt nicht genau ob ich es richtig gerechnet habe aber es müsste ja es sind genau 32 super 32 Stück Kupferkabel die muss ich jetzt alle noch isolieren so zack schön einmal ins Bett gehen boah das wird eine Aufgabe in das Ganze zu craften das oh das war vielleicht ein Fehler ich sollte mir noch ein paar Waba Bäume holen ja let's do this ja vielleicht keine so schlechte Idee das trackt noch nichts mehr drinne oh 40 Stück ja ich würde mal kurz sagen oh das ist etwas viel Krimskrams hier drinne Peter das kann ich mitnehmen aber das auf jeden Fall nicht zack das kann ich ja auch wieder hier rankommen so das sind auch wieder 64 Stunden schön zu wissen so äh ja dann einmal das ist eigentlich kein gutes Gefühl die Leute meine ganzen Maschinen so alleine zu lassen aber ich muss ich muss meine Maschinchen alleine lassen für ein größeres Ziel für rubber Bäume oh vielleicht sollte ich mir vorher noch meine Sachen aufladen und nicht so schreck vermurkst wieder durch die Gegend fliegen wie ich es die letzten Male immer tue zack das Ding ist fertig das könnte noch ein bisschen Power vertragen in die Schuhe gehen meistens als erstes drauf ah ich brauche dann auch noch ein MFSU fällt mir gerade ein weil ich ja irgendwie die Quantum Sachen aufladen muss hm scheiße habe ich ja okay ich nehme auf wäre jetzt etwas doof gewesen wenn ich mich jetzt nicht drauf genommen wäre und auf zu suchen nach rubber trees na wo gibt es denn hier solche Bäume wo gibt es die überhaupt das ist jetzt die Frage denn man muss ja gucken in welchem Biom man rum gammelt sozusagen Twilight Orkwood kann ich nicht benutzen Twilight Orkwood geil die Insel habe ich ja noch nie gesehen was ist denn das ich hoffe ich sterbe jetzt nicht direkt sobald ich da drauf komme smiley grass los smiley dirt coggled green slime ach okay das ist hier das mit diesem da kriegt man den slime her gut zu wissen sehr gut zu wissen zombies ihr interessiert mich nicht ah rubberwood super so da ist meine Axt komm gib mir Zepplings da bist du super schön rubberwood ja perfekt auch du gib mir Zepplings bitte ich ich ersuche um Zepplings ist auch noch einer super Orkwood kann ich nicht gebrauchen ist das rubberwood so hast du irgendwelche Zepplings gefallen gelassen nein schade was ist das das ist yellow leaves das ist was vollkommen anderes das brauche ich nicht ach das sind die schafe die mir auf der minimap angezeigt werden mhm Ork Ork lief's gut Ork 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 hast du hast du irgendwelche ja super schön du hast du irgendwas fallen zwei stück drei stück sogar super boah ihr bäume seid ja sowas von artig da ist noch einer ich sollte mir so eine richtige farm zurechtlegen da fällt noch was runter ist ja genial da vorne ist auch noch einer was ist denn das jetzt gucke ich mir gleich mal genäher an ich gucke es mir genäher an so na fällt nichts scheiße